Vorab. Du hast jederzeit die Möglichkeit, diese Meditation zu unterbrechen. Sollten zu negative Emotionen oder Gedanken aufkommen, bitte ich dich selbst für Sorge zu betreiben und diese Meditation zu stoppen und die Unterstützung zu holen. Schön, dass du dich heute entschieden hast, mit mir einen Moment der Stille und Achtsamkeit zu teilen. Setze oder lege dich in eine für dich bequeme Position. Wenn du magst, darfst du die Augen schließen und wenn du heute lieber die Augen offen halten möchtest, dann hafte dein Blick auf eine Stelle am Boden gerichtet. Wenn du in einer sitzenden Position bist oder wenn du dich heute für eine liegende Position entschieden hast, dann wende deinen Blick auf einen ruhigen Punkt an der Decke. Lenke dein Bewusstsein auf deinen Körper. Visualisiere ein helles, warmes, goldenfarbenes Licht. Es strahlt von oben auf dich herab und wie ein warmer Sommertag legt sich das Licht sanft auf deine Haut. Spüre, wie es dich umgibt und dich mit Liebe und Güte umhüllt. Lasse das Licht nun sanft in dein Inneres fließen. Das goldene Licht durchflutet Stück für Stück jede Faser deines Körpers. Von deinem Haaransatz über die Spitzen deiner Nase, entlang des Halses und des Nackens, über deine Brust fließt es in deinen Bauch. Von dort aus über die Oberschenkel gleitet es bis in die Zehenspitzen. In langen Bahnen durchzieht dieses Licht deinen ganzen Körper. Richte deine Aufmerksamkeit nun auf deinen Atem. Atme tief ein und aus. Du darfst jetzt einmal alle Spannungen und Sorgen des Alltags loslassen. Konzentriere dich ganz auf deinen Atem. Spüre, wie sich dein Bauch beim Einatmen hebt und wieder senkt beim Ausatmen. Spüre, wie dein Atem die Spitze deiner Nase leicht kitzelt und wie sich deine Brust mit jedem Atemzug leicht hebt und senkt. Lasse das Außen einmal Außen sein. Alle Störungen, ob Geräusche oder Gerüche, sind nun irrelevant und lassen deine Meditationspraxis sogar nur noch besser werden. Immer tiefer gleitest du in die Entspannung hinein. Vor dir lichtet sich der goldene Nebel vor deinen Augen. Du stehst auf einer kleinen Waldwiese. Um dich herum summt es und du kannst das leicht feuchte Moos unter deinen nackten Füßen spüren. Ein kleiner Bach plätschert leise irgendwo zu deiner Rechten. Alles ist friedlich und doch voller Leben. Lasse deinen Blick nun einmal über die kleine Lichtung wandern. Auf ihr steht ein einziger Baum. Du trittst etwas näher und bemerkst, dass es ein sehr alter Baum ist. Sein Stamm ist breit und kraftvoll. Berühre einmal mit deinen Fingern seine Rinde. Die Äste des Baumes strecken sich lang wie schützende Arme über deinen Kopf. Seine Blätter, die an den feinen Adern der Ästchen hängen, wiegen seicht von einer leichten Brise getragen. Auch wenn du die Wurzeln des Baumes nicht sehen kannst, spürst du ihre Kraft in der Erde. Wie sie sich immer weiter verzweigen und so den Baum halten und versorgen. Stell dir deinen Baum jetzt einmal im Frühling vor. Die Luft ist immer noch kühl, doch man kann die ersten Sonnenstrahlen schon spüren. In ihnen kann man schon die erste Kraft des Sommers erahnen. Am Fuß des Baumes wird der Stamm noch vom letzten Schnee umarmt. An den nun kahlen Ästen entwickeln sich langsam vor deinem Augen Knospen, die anfangen zu blühen. Lass einmal alle Bilder aus dem Jahr im Frühling in dein Unterbewusstsein kommen, die sich jetzt zeigen möchten. Was ist passiert? Wie hast du dich gefühlt? Wo warst du zu diesem Zeitpunkt vielleicht? Oder wer warst du zu diesem Zeitpunkt? Und lass es wie ein Film vor deinem inneren Auge abspielen. Wasphänik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Verabschiede dich nun vom Frühling. Die Wärme der Sonnenstrahlen wiegt nun intensiver. Am Baum hängen nun tiefgrüne Blätter von den Ästen. Am Fuße sprießen blaue und weiße Blumen aus dem Boden. Die Luft summt von den Bienen und Hummeln, die von Blume zu Blume schweben. Lasse einmal alle Bilder aus diesem Jahr im Sommer in dein Unterbewusstsein kommen. Alle Bilder, die sich jetzt zeigen möchten. Was ist passiert? Wie hast du dich gefühlt? Wo warst du zu diesem Zeitpunkt? Wer warst du zu diesem Zeitpunkt? Nimm alles wahr und lass es wie ein Film vor deinem inneren Auge abspielen. Wer warst du zu diesem Zeitpunkt? Untertitelung des ZDF, 2020 Verabschiede dich jetzt auch langsam vom Sommer. Die Blätter deines Baumes verfärben sich nun langsam. Vielleicht kannst du sogar ein paar Früchte erkennen, die schwer von den Ästen hängen. Der Wind frischt auf und rüttelt die welten Blätter. Ein paar fallen zum Boden. Es dürfen wieder alle Bilder aus diesem Jahr im Herbst aus deinem Unterbewusstsein kommen. Alle Bilder, die sich jetzt zeigen möchten. Was ist passiert? Wie hast du dich vielleicht gefühlt? Wo warst du zu diesem Zeitpunkt? Wer warst du zu diesem Zeitpunkt? Nimm alles wahr und lass es vor deinem inneren Auge abspielen. Gut, gut. 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 die luft wird jetzt merklich kühler es wird winter erster schnee deckt den boden und die äste haben bereits alle blätter fallen lassen es dürfen noch mal als letztes alle bilder ins bewusstsein kommen die ungehört waren die jetzt gehört werden wollen was ist im winter passiert wie hast du dich gefühlt wo warst du zu dieser zeit wer warst du zu dieser zeit nimm alles war was vor dem inneren auge abspielt was jetzt gehört und gesehen werden möchte hier Wir sind nun am Ende unserer Reise angekommen. Du hast ein ganzes Jahr nochmal erlebt und vielleicht sind dabei auch Dinge und Erlebnisse hochgekommen, die du nicht mit ins neue Jahr bringen möchtest. Diese Erlebnisse und Gefühle dürfen nochmal hervortreten. Wie Wassertropfen perlen sie aus deiner Haut und vereinen sich in deinen ausgestreckten Handflächen zu einem Ball aus Wasser und Energie. Lasse alles, was du loslassen willst, in diesen Ball hineinfließen. Er wird größer und größer. Lasse alles los, was du loslassen möchtest. Wenn du fertig bist, nimm deine Kugel bewusst wahr. Und wenn du magst, kannst du ihr danken. Auch wenn sie nicht positiv für dich ist, hat sie ein Teil dazu beigetragen, dich zu einem wundervollen Menschen, zu den wundervollen Menschen zu machen, der du heute bist. Und dann atme noch einmal tief ein. Und mit dem nächsten Ausatmen pustest du die Kugel in ganz viele kleine Bestandteile. Sie werden vom Wind erfasst und erträgt sie weit fort von dir. Du hast sie nun losgelassen. Sie ist kein Teil mehr von dir. Halte noch einen Moment inne und spüre die Leichtigkeit, die dich jetzt erfüllt. Du hast alles losgelassen und ein Gefühl von Liebe und Hoffnung trägt dich ins neue Jahr. Du darfst jetzt langsam wieder in deinen Raum zurückkehren. Nimm dafür fünf tiefe Atemzüge. Spüre deinen Atem und wenn du magst, bewege dich. Strecke und reckne dich. Öffne deine Augen, falls du sie geschlossen hast und nimm dir alle Zeit, die du brauchst, um anzukommen. Vielen Dank für dein Vertrauen heute.